Hallihallo und herzlich Willkommen meine kleinen Federmäuse zu einem neuen Video und zwar ich weiß nicht ob ihr es schon gesehen habt aber wir haben jetzt jetzt gerade wo ich aufnehme 5947 Abonnenten das bedeutet die 6000 stehen wirklich nur noch um die Ecke und ich hatte mir gedacht als 6000 Abonnenten Spezial mache ich eine kleine Verlosung mit euch ich hatte mir gedacht weil wir jetzt ja Monster High Puppen haben auf meinem Kanal die Let's Plays machen und wir haben ja auch die Monster High Geschichten deswegen kommt es auch heute raus also dieses Video ihr dürft zwischen vier verschiedenen Puppen entscheiden welche ihr gewinnen wollt und sobald wir die 6000 erreicht haben mache ich dann noch mal ein Video und sagte welche Puppe gewonnen hat und unter diesem Video könnt ihr dann schreiben warum ihr gewinnen wollt oder ja genau okay dann zeige ich euch einfach mal die Puppen und und zwar Nummer eins die Frankie das ist vom Fototag ich finde die ist ganz hübsch ich habe ja euch gefragt gehabt ob ihr die alten Puppen mehr mögt oder die neuen Puppen ihr habt alle gesagt die alten Puppen deswegen gibt es hier nur alte Puppen also wenn ihr neue Puppen mögt dann dann hat es heute für euch nichts dabei okay als nächstes haben wir die LED von Boo York dann haben wir die Claudine von Haunted als Geist und dann als letztes haben wir den Porta Geist ebenfalls ein Geist von Haunted schreibt in die Kommentare welche von diesen vier Puppen ihr gewinnen möchtet ich mache auch noch einen strawpoil.de Link da könnt ihr noch abstimmen welche Puppe ihr gewinnen möchtet sobald wir die 6000 erreicht haben werde ich alles zusammenzählen und dann könnt ihr nicht mehr abstimmen dann mache ich ein Video welche Puppe verlost wird und ja dann sehen wir das ganze wie das ganze weiter geht ich wollte noch euch danken für fast 6000 Abonnenten ich freue mich auf jeden Fall schon mal auf die Verlosung und ja dann sehe ich euch im nächsten Video bis dahin eure Käsekuchen tschüss